So, immer noch Pacify und immer noch auf der Farm. Du dürfst ja nicht. Warte mal. Und wir haben uns jetzt, oder beziehungsweise ich habe mich schlau gemacht, wie wir jetzt den alten Sack hier aufs Fressbrett hauen können, also das hier mit dem Gift war schon alles richtig. Im Grunde haben wir nicht viel falsch gemacht. Das einzige was ist, wenn der ein normales Huhn frisst, dann heilt er sich dadurch. Also er dürfte kein normales Huhn fressen, er darf nur die Vergifteten essen. Oh, hier ist der Beutzenschneider. Ich habe schon wieder was gehört, immer wenn wir hier sind. Ja, das ist, ich weiß nicht was, das ist, irgendjemand hat hier gerade was aufgetreten, oder? Vielleicht. Oder was war das? Okay. Iiiiih, Alter, der Klo, iiiih! 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 Alter, was hat der denn, hier ist ein... Iiiih! Oh, hier ist ein Zettel. Karen. Ja, die Karen. Ina, hier in der Wäsche... Ach, in dem Waschbecken ist auch sowas dran. Ich werde jetzt auch immer jeden Zettel einfach mal mitnehmen, vielleicht kriege ich den Erfolg. Ah, hier oben ist eine Statue, sehr gut. Okay, also Bolzenschneider und Statue, dann fehlt jetzt nur noch die Bratpfanne. Weil, damit müssen wir die Hühner ausschlagen, so beklopptet eigentlich, ne? Ich höre die ganze Zeit Geräusche, ich weiß nicht von wo. Ist er draußen? Ich weiß es nicht. Ich sehe momentan nicht. Er ist auf jeden Fall hier durch die Tür gemacht. Weil das ist eigentlich da hinten, da war ich noch gar nicht. Wobei, bei den Huhn brauche ich erstmal nicht, ich muss erstmal nur das Wasser vergiften, ne? So, machen wir mal auf. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Gift mit. Und ich würde sagen, wir machen das einfach wirklich so, ich habe mitbekommen, man kann zwei Hühner gleichzeitig vergiften, ne? Bevor du also deinen Huhn da reintunkst, wartest du einfach, bis ich meins habe. Und dann machen wir zwei Hühner. Okay. Ich weiß nicht, ob das so ein Bug ist, aber irgendwie... Vor allem, warum lassen die das hier einfach in den Krog reinlaufen? Mach doch einfach einen Giftbeutel oben in den Silo rein, weißt du? In dem Wasser Silo-Tank. Wasser Silo-Tank. Ja, aber die sind wohl nicht die schlauesten. Hashtag Wasser Silo-Tank. Warte mal, ich brauche einen Huhn. Hast du den Typen schon gesehen? Ne, ne, noch nicht. Ich höre ihn nur, also ab und zu mal so... Man kann zwar sehen wie fett er ist, ne? Das ist aber gut, wenn man fett ist, dass man sich schon hören kommt. Ne, komm, hört. So rum. Mann, komm! Scheiß Huhn, komm! Komm jetzt her! Na, danke. Bei mir wollte er irgendwie nicht. Immer vor, zurück, vor, zurück. Ja, dieses scheiß Huhn. Manchmal erwischt man es aber auch nicht. So, und dann mal schauen wie schwer das am Ende hier wird. Weil es ist ja eigentlich ziemlich in der Nähe alles. So. Warte, ist der hier in der Scheune? Scheint hier eine Scheune zu sein. Meinst du? Ja. Ich meine, jetzt kann er ja kommen. Also du kannst vielleicht sogar schon alles vorbereiten, oder? Geht ja nicht. Ne, angriffen an anderen Seite. Muss ich mal ein paar Türen hier aufmachen. So. Dieser Endlots Weg, so. Was haben wir hier sonst noch so? Ist hier noch irgendwas, was man sich mal angucken kann? Nö. Ja, hier ist ein Zettel. Ja, den habe ich glaube ich schon. Ja, ne. Hier ist ein Zettel gewesen. Ach, da ist er! Da oben war er. Okay. Ich werde das Wasser wieder vergriffen. Warum hat er ja rot lackierte Seenägel? Ne, er wollte sich halt mal ein bisschen hübscher machen. Ist doch in Ordnung. So. Und wir haben auch mitbekommen, dass das Spiel ist, was die Achievements angeht, ein bisschen buggy. Also wir haben manchmal schon Sachen gemacht, wo wir aber den Erfolg nicht bekommen haben. Wie zum Beispiel, äh, vorhin. Ne, wo, äh, die Emily so böse war und ich habe ihr eine Puppe gegeben. Wäre eigentlich ein Erfolg gewesen, aber ich habe ihn halt nicht bekommen. Und es gibt wohl Erfolg, wenn die Emily dich hat und ich gebe ihr dann eine Puppe. Dann kann ich dich dadurch retten. Äh, hast du schon ein neues Hühnchen? Oh, da hinten ist er. Ja, ich habe erstmal das Wasser vergiftet wieder. Also ich sehe ihn da hinten auf alle Fälle. Ja, ich bin hier. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, weil ich muss ja da auch hin. Kannst du auch vorne durchs Haus. Ja, mache ich durchs Haus. Soll ich ihn schon in das nächste Hühnchen füllen? So. Warte mal noch nicht. Achso, das nächste Hühnchen füttern. Achso, das kannst du machen. Boah, ich komme auf das Haus immer nicht klar, ne? Man muss hier hoch und dann da runter wieder. Boah. Schnell, schnell, bevor er dich frisst. Stimmt, stimmt. Stimmt. Also oben steht 6. Das sieht schon mal gut aus. Jaja, weil er jetzt bislang keine anderen gefressen hat. Oh. Okay, hier. Jetzt hat er mich angegriffen, aber ich habe ihm dafür das Huhn gegeben. Da redet ein vergiftetes Huhn rum. Oder? Ne, achso, das war nur Mondscheingrün. Wo ist denn er? Am Wassertrog. Scheiße. Lass mich durch, Hühnchen. Ah, scheiße. Oh, ich bin so getötet. Ich muss zwar ein Hühnchen fallen lassen, sonst hätte er das... Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, dumm. Ich denke, sie hat etwas Gesundheit wiedererlangt. Ich glaube, mit sie meint er aber den Farmer, ne? Hm. Oder ist das vielleicht Karen? Nein. Der ist... Beides in einen. Die Gestalt von dem Mann und das Gedächtnis von der Frau. Ich komme, warte. Ja, ja, ich sehe es schon. Oh, mancher hat mich wieder abwischt. Ja. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie es funktionieren soll hier. Und wir wissen ja auch so langsam, wo hier was zu finden ist. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich bleib dabei. Ich finde Emily unheimlich, ja. Ey, er hat schon wieder Gesundheit... Er hat ja zweimal Gesundheit wieder dazu bekommen. Oder frisst er einfach die Hühner, die da manchmal rumrennen? Ey, das wäre asozial. Weil anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Wir haben ihm gerade nichts gegeben. Oder kriegt er Gesundheit, wenn ich dich wiederbelebe. Er hat meinen Huhn gefressen, was ich da gedroppt hatte, als ich gestorben bin. Ich glaube, das frisst er. Die gedroppten Hühner frisst er auch. Und wo ist er jetzt? Das. Nein. So. Scheiß Hühner. Okay. Sehen momentan nicht. Oh, das Wasser. Shit. Ja, warte. Was war das? Da ist... Er kommt. Er kommt. Von wo? Ach, da hinten. Vom Haus. Er geht rein. Er geht ins Haus rein, ja. Gut, ich hole... Hast du eine Seite hier aufgeschlossen? Nee, verdammt. Meins. Mitkommt. Ich glaube, die Map ist zu zweit wirklich ein bisschen schwierig, ne? Er steht gerade vor dem Haus. Er hat einen Huhn gefressen vorm Haus. Hm, also er frisst auch die Hühner dann, ja? Oh Gott. Hier liegt dann noch ein Huhn rum. Hm? Ja, ich habe es gerade noch erschlagen. Also er frisst auch die normalen Hühner. Also müssen wir das halt sehr, sehr schnell machen. Wow. Hä? Aber ich habe noch einen Huhn. Er hat meins gefressen zuerst. Achso. Mal, jetzt komm noch mal her. Wer? Na, das Huhn. Ja. Unglaublich. Oh, jetzt bist du. Ich wollte gerade sagen, das bin du nicht. Aber der ist da hinten. Da musst du aufpassen. Deswegen sind hier wahrscheinlich so viele Giftsäcke. Er geht... Ich weiß nicht, wohin geht zur Scheune. Hier geht zur Scheune. Okay. Wir kommen hier. Okay, er hat gefressen. Dann lasse ich ihn erstmal fressen. Kannst du noch einen Huhn holen, weil ich habe das Gift. Okay. Oh Gott. Na ja, er wird immer schneller. Jetzt läuft er irgendwie... Er läuft jetzt da hinten irgendwie lang. Ja, er steht da am Baum. Schon wieder. Okay. Mal gucken, wo er jetzt langläuft. Wenn er jetzt hier langkommt, dann müssen wir durch das Haus durch. Der kommt hier lang. Alles klar. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Doch, da hinten ist er. Okay, gut. Der ist da am Gift schuppen. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Na, Gift kommt. Zack. Opa, ich habe was für dich. Chicken Nuggets. Opa? Opa, nicht die Hühnchen fressen. Hier, guck mal. Komm her, Chicken Nuggets. Alter, hat der Speed drauf. Ja, ne, der wird immer schneller. Das ist... Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Ja, nirgends. Ey, warum willst du mich zuerst? Ich wollte gerade sagen, warum sie? Ist wie ein Fass, Mo. Warum immer ich? Ich meine, wir könnten das jetzt so nutzen, dass du jetzt Gift und so holst. Achso, ich habe gerade ein Hühnchen. Und ich lenke ihn einfach ab. Oder vielleicht, dass ich ihn einfach an Orten fressen, die nicht hier in der Nähe sind. Jetzt geht er gerade in die Scheune rein. Ja, gib ihm mal deinen Dings. Das ist ja oben in der Scheune drin. Ah, jetzt kommt er zu mir. Okay, er ist jetzt in der Scheune drin. Hier, nimm mal. Nimm mal das Hühnchen da. Hm? Gib ruhig Gift. Ich werde ihn einfach hier. Ich werde ihn einfach mal hierher locken, dass er so hier in den Zwischengang ist. Zwischen Haus und Scheune. Hm. Ah, nein, nein, nein. Er haut ab. Ey, du. Hier. Boah, ist der schnell. Also, geht es hier an diesem Baum dahin? Warte mal, mal gucken, wo er jetzt hingeht. Vielleicht geht er jetzt ins Haus, dann kannst du da drum rum. Ne, er kommt wieder zurück. Okay, jetzt kommt er zu mir. Jetzt hat er mich da gehabt. Er ist erst am Wassertrog. Was hast du denn gerade dabei? Gift. Wir brauchen dann noch ein Hähnchen. Okay. Geh mal da weg, da ist der gerade. Dann gehe ich durchs Haus. So. Jetzt mal gucken, wo der ist, ne. Wie der jetzt läuft. Siehst du den gerade? Nee, ich bin hinter dir. Ist der da irgendwo? Nee. Okay. Schnell Wasser. Schnell Gift. Okay. So, Kaps. Der letzte Ju. So, dann muss er ja Richtung Scheune hier sein, ne. Ja. Oder Windmühle. Nee, hier geht er nicht rein. Oh, hier ist er bei mir, bei mir, bei mir. Äh, hinterher, weil... Ja. Hier. Genau. Er ist hier gerade... Hö, wo ist er hin? Da, steht er hier am Baum. Hier, komm her. So, dein letztes Stückchen. Friss! So, mal gucken. Jetzt beobachten wir den. So. Was macht er? Er ist bestimmt eingeschissen. Meinste? Ja. Warte mal, kann man jetzt in die Schubkarre? Oder will er sich jetzt hinlegen? Guck mal, der stinkt alles voll. Wir verfolgen den jetzt einfach mal. Der hat ja mal Schuhe an. Achso, ja stimmt. Ich habe ja sein Nagellack gesehen. Was ist das für ein verrückter Level, Alter? Also, er greift auch nicht mehr an. Ich gehe mal davon aus. Geht er jetzt automatisch zum Van? Oder will er noch mal haben? Ah, nö. Zu schwer, um sie zu tragen? Warte mal, ich höre die Schubkarre. Als wäre sie fertig. Ja, das ist doch ein Typ. Na, dann ist es jetzt Karen. Ich bin eine Frau, also behandle mich auch als solche. Oh. Er hat auch nagellackt, ne? Wunderschöne Animation. Wie sieht das bei dir aus? Ähm. Hi. Ich habe ein Video davon. Ich war einfach ein Video davon. Niu, niu. Ich habe ein Video davon, ich schicke es dir. Okay. Iiii, Junge. Ja. Dann stelle ich das rein. Wuuuuuu. Haha. Ja, auch ein Video davon machen, oder? Ja. Warte, warte, mach weiter. Ja. Yeah. Ja. 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 Hey, haben wir geschafft. Immerhin. Da ist er. Ja. 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 Was, was, was ist das? Was war das für ein Level, Alter? Hahaha. Alter... Strange. Was war das für ein Level? Aber irgendwie total lustig, ey. Okay. Wald jetzt, ja? Mhm. Jetzt kommt der Wald. Na, du bin gerne mal Spann. Na, dann hau rein. Ich auch. Wald ist ja immer lustig. Wald. Hm. Slenderman, maybe. Ja, ja. Davor habe ich nämlich auch schon Bammel jetzt. Oh, es lädt. Es lädt sich tot hier. Naja, weil jeder Baum muss jetzt hier an werden. Okay, was bist du? Du bist irgendwie eine Asiatin. Hier lebt eine Hexe. Was bin ich? Du bist schon wieder der Afrikaner oder so. Gut aber, gut aber. Keep out. No one returns. Wer diesen Wald betritt, kehrt nie zurück. Ach ne, no shit. Außer der, der das Schild geschrieben hat. Sie wird euch für alle Zeit festhalten. Okay. Bitte haltet euch fern, bitte. Ich bin eins mit dem Wald. Oh Gott, so ein Wald ist das, ja. Ich, ich, ich weiß. Ich habe hier eine Rose entdeckt. Das ist zu schwierig zu entfernen. Ich kenne das. Blair Bitch. Ich kenne das nicht. Wieso kennst du schon wieder alles? Äh, ich bin viel auf YouTube unterwegs. Ja, ich nicht. Also es geht. Ich, ich kenne das. Ich weiß nur nicht mehr. Hier ist eine Schere. Gartenschere habe ich gefunden. Ich mach mal, ich mach mal die Rosen ab. Rose. Aber, ähm, auf Touchpatch steht, dass wir... Männchen? Geister? Was sind denn das? Irgendwas müssen wir finden. Was ist denn das hier? Das sind kleine Geisterhunde. Hä, wo bist du? Hier am Friedhof. Äh, ja warte mal. Guckt man da irgendwie rein? Oh, nein. Die Torschlüsse erforderlich. Oh, sie erledigt mich an Nintendogs. Habe ich mir jetzt letztens wieder gekauft, ne? Nintendogs? Ja, Labrador and Friends. Ich wollte es für die Sammlung halt haben. Wo bist du? Ach, da ist es... Tobi, Nintendogs, let's play! Ja, wie soll ich es aufnehmen über den DS, ihr Helden? Ja, aber das klingt... Ja, das klingt... Ich würde es mit nem Emulator machen, aber ich will nicht. Ja. Oh, hier ist noch ein riesiger Friedhof. Und hier ist ein Geisterhaus. Ja, scheiß auf das Geisterhaus. Luigi's Mansion. Hä? Hä? Was ist das? Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ich wusste nicht, was das war. Oh Gott, das geht hier sogar rein. Wunderschön. Ähm. Was? Die... Ich weiß nicht, was es war, aber da war gerade unter mir ein Schatten und es hat so Geräusche gemacht. Äh. Nein! Die Tür ist zu! Ich komme mir nicht rein! Hausschlüssel erforderlich. Ich bin jetzt hier alleine drin. Oh! What the fuck? Was ist das? Warum flackert mein Licht? Oh, Alter! Das ist Fasmphobia. Oh, Alter! Die hat mich erwischt! Okay, was bin ich? Sie hat mich in eine Ratte verwandelt! Ich bin eine kleine Maus! Was? Warte mal, hier ist ein Schild. Mit der Rose gewinnst du Zeit. Okay, schneide hier einen Haarsträhne ab. Oh, Alter! Den Schnitzel eines Melkenschwanzes? Zusammen mit der Puppe aus Zweigen und Seelen. Von ahnungslosen Kindern vergangener Zeiten. Alles in den Kessel. Das Gebräu wird entflammen. Eine Puppe ist vorbereitet. Ich muss jedoch durch den Stachel verletzt werden. Das kannst du nicht machen! Du bist eine Ratte! Was ist das? Wie komme ich denn da? Wie soll ich jetzt da reinkommen? Ey, hier willst du gar nicht rein in dem Haus, ne? Also, wir sollen einen Welkenschwanz schneiden. Oh, was? Eine Puppe, eine Rose und ein Haarbüschel von der Ollen. Soll ich mal sagen, wie die alte aussah? Die sah einfach aus wie die Quatschtante, Mann. Ne, hör auf! Ich geh wieder raus! So ein bisschen, wenn ihr ganz lange schwarze Haare habt und keine Augen. Hä? Ich hab einen Torschlüssel. Oh, das ist ja ein ekelhafter Effekt. Alter, hier ist irgendwie eine Schattengestalt. Ja, und die macht so... Äh, ne? Die ist nicht mal an der Wand dran! Das ist einfach ein Schatten, der hier rumsteht! Ih, hör mal... Ih, das ist eklig. Äh... Ey, die Tür ist offen! Maria! Hier bin ich! Hi! Oh, das ist... Du bist ja niedlich. Komm mal mit. Wir machen die Hunde befreien. Ja, ich, ich werde dir helfen. Ich bin wie ein Pokémon jetzt. Ratfratz. Ratfratz? Ja, ich muss so radikal werden. Oh! Kann ich da rein? Ich will doch nicht deren Schwänze abschneiden. Das hört sich auch an. Oh, doch, Alter. Kann ich mich da rein bangen? Ich will mit den Hunden spielen. Ich mach doch jetzt sowieso auf. Die rennen... Safecall, die rennen weg. Warte mal, die fressen mich jetzt auf und dann bin ich tot. Hi! Hi! Oh, die sind cool! Schwanz eines Welpen. Nein! Nein! Ich will grün! Oh, die rennt jetzt überall rum. Ich hab den Schwanz abgeschnitten. Aber der Level ist cool. Also der Level ist richtig cool. Okay, also ich habe den Schwanz und die Rose. Jetzt fehlt mir noch eine Haarsträhne und die Puppe, oder? Aber wie kann ich mich jetzt wieder zurück verwandeln? Das ist bestimmt im Haus irgendwo. Komm mit. Da willst du nicht rein, ne? Oh, wie du rennst. Das sieht so niedlich aus einfach. Ja, Mann. Ich muss jetzt... Ach, die armen Hunde hier, ey. Okay. Also für 5 Euro muss man mal wirklich sagen, das Spiel hat schon was, ne? Und es ist auch gruselig tatsächlich. Also diese Jumpscares. Die Farm war jetzt gar nicht mal gruselig, aber... Ähm, also... Ne, mit der Rose gewinne ich Zeit. So, also ich brauche eine Haarsträhne. Welpenschwanz habe ich. Puppe aus Zweigen und Seelen brauche ich. Okay. Das war's. Das ist aber Blevich, ne? Eine Puppe aus Zweigen. Hier! Ich will da nicht... Ah, ne, das ist... Das sieht aus wie so eine Schattengestalt. Und die sind... Da guck, das ist auch drin! Also das ist nicht an der Wand dran. Wenn du hier so stehst, dann siehst du, dass das halt eine richtige Gestalt hier ist. Ja, ich sehe. Okay, komm rein mit mir. Ich will nicht alleine rein. Jaja, ich bin ja dabei. Okay, hier ist noch ein... Ich kann ja vorgehen und gucken, ob ich was entdecke. Die kann... Die kann die Tische verschieben. Ja, ich hab's grad gesehen. What the fuck? Fastmophobie hat ein cool. Nein, fastmophobie ist doch cool. Ey, fastmophobie ist doch cool. Ja. Was du schon da sagst... Da ist ne Puppe! Achso, die kann ich nicht nehmen. Ich guck mal. Ich guck mal, ob ich die irgendwo sehen kann, weil die hat mich übelst weggefetzt. Hier sind mehrere andere Kinder, die sich untereinander kümmern. Hm, seh ich. Hier sind Zweige. Ich hab Zweige. Ich hab Hexenhaare. Hexenhaare sind das. Okay. Ja, ich seh diese Schattengestalten. Jeden Tag erscheint Nahrung für uns und die Welpen. Da sind nochmal Haare auf dem Tisch. Hier geht's raus. Oh. Das ist wie so ne Schattengestalt in der Ecke. Hat grad geflagert. Hier hat sie mich erwischt. Hier... Hier hat sie mich erwischt. Meine Taschenampe hat geflackert. Äh, irgendwie war alles dunkel. Und dann hat sie mich da erwischt. Hausschlüsse erforderlich. Guck mal, hier ist ne Tür. Hausschlüsse erforderlich hier auf dem Boden. Stimmt, ne Falltür. Hm. Die ist bestimmt mit Kindern eingesperrt. Ich will mal gucken, ob ich die irgendwo sehen kann. Oh oh. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich glaub, es geht los. Oh, sie ist weg. Schau dir die Zweigpuppen an, die auf dem Friedhof wachsen. Ah, okay, ich geh raus. Oh, hier ist ein Hund. Zweigpuppen auf dem Friedhof, ja? Okay. Ist das der Friedhof? Nee, hier ist kein Friedhof. Hier ist der Friedhof, glaub ich. Kann ich mich hier wiederbeleben? Das sieht so wiederbelebig aus. Eeeh, what the fuck? Was? Ja, komm mal her. Wo bist du? Hier. Hier bin ich. Oh, oh, oh. Was soll ich weggucken, oder was? Alter, die macht... Die macht Quatschgeräusche. Ja, sag ich doch. Und hier sind die Puppen. Guck mal. Hier. Da steht die. Aha. Ich hab jetzt alle. Und wo ist jetzt der Hexenkessel? Oh, sie kommt! Die ist da grad rausgekommen, der Schatten von ihr. Ich seh... Hast du das nicht gesehen? Doch, ich seh den Schatten hier. Hä? Hä? Was muss ich denn machen? Also... Alter, was? Ich muss hier den Hexenkessel machen. Aber wo zum Fick ist denn der Hexenkessel? Oh Gott, die läuft dir hinterher. Die läuft dir hinterher. Ja, ich seh, ich seh. Ja, ja. Sie läuft, sie läuft. Und wie schnell die ist. Renn, renn, renn. Du bist ein bisschen schneller als sie. Aber sie kommt. Wie geht's weiter, okay? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Boah, Alter, die hinterher zu kommen... Also die ist immer noch auf den Fersen. Wobei... Ich glaub, jetzt ist sie... Jetzt ist sie, glaub ich, weg. Weiß nicht, wo ich bin. Ich muss doch irgendwo zu einem Hexenkessel. Hast du irgendwas gesehen, Leber? Gar nicht. Was ist denn das hier? Mein Hund! Bitte, renn wir nicht... Das kannst du nicht machen. Du bist eine Ratte. Selber. Ey, hier geht's... Hier sind so viele Wege noch. Ich bin ein kleiner Skewer. Los, Hundi! Fass! Oh, ich hab... Ich hab den Brunnen... Ich hab einen Brunnen gefunden. Es muss einen Bereich geben, in dem der Hex jetzt Zauber ausführt. Ja, ich würde gerne Mensch sein. Also... Hier ist ein Brunnen mit grüner Frischigkeit drinnen. Ey, die verschiebt die ganze Zeit die Stühle. Okay, Hunde sind draußen, Zweige sind draußen, Haare sind drinnen. Ich geh mal nach oben. Ich geh mal wieder rein nach oben. Halt's mal rein. Halt's mal rein. Hilfe! Boah, ich hör auf. Ich schieb nicht so viel rum. Bist du auch grad im Haus? Ja! Die Türen sind zu. Scheiße, siehst du bei mir. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Boah, ich hör auf. Wo soll ich denn lang? Hier ist alles zu. Ich bin grad oben. Ich auch. Hier ist alles voller Betten. Ja. Ja, Torschlüssel. Ich hab doch ein Tor aufgemacht. Ich krieg doch dann den weiteren Schlüssel da wahrscheinlich auch, oder? Oh, ich seh dich. Hallo. Hi. Hier sind die Haare drinnen. Die duscht hier drinnen. Na ja, wenn man stinkt. Oh Gott. Oh Gott. Mein Taschenab ist aus. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß Tür. Ich geh wieder raus. Alter. Ich will doch nicht mal in den Haus rein. Ich bin eine Ratte und hab Angst. Ich weiß halt nicht, wo ich die Scheiße hinbringe. Problem. Ja, ich weiß, ich weiß es auch grad nicht. Irgendwas mit Hexenkessel stand da, glaub ich, auf der... Ich guck mir mal das Haus an. Hexenkessel. Weil mir, mir kanns ja nix mehr. Ich kann ja jetzt, äh, spectaten da alles. Hier waren die kleinen... Hexenkessel. Weil sie ist bei mir, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ich versteh ihr Movement, also wieso... Nee, das ist, das ist richtig verrückt bei ihr. Sie ist halt so irgendwie halb unsichtbar. Weil sie spawnt halt auch mal in mir. Also Hexenkessel kann ich mir vielleicht vorstellen, da bei der Falltür, weißt du? Ja, da drinnen, ne? Hast du den Schlüssel? Nee, da brauch ich den Haustürschlüssel. Ich such grad draußen Schlüssel. Ich bin wieder bei diesem scheiß Springbrunnen. Haustürschlüssel erforderlich. Weil ich hab ja jetzt auch keinen Schlüssel gesehen hier in dem Haus. Äh, kannst du mal kurz rauskommen? Vielleicht ist der Springbrunnen der Ort, wo du dich größer machen kannst. Der Springbrunnen, erstmal muss ich gucken, wo du bist. Ich bin hier draußen bei den Ruinen. Ja. Ich bin direkt am Haus. Direkt am Haus. Achso, das meinst du. Warte mal. Ich bin auf dem Weg. Ich bin quasi rechts vom Haus. Hast du dich erwischt? Sie hat mir die Puppe geklaut. Achso, dann ist die Puppe also quasi das Ding, um sich zu verteidigen, ja? Ich dachte die Rose ist es. Da ist ein geister Hund. Ich hol mir mal noch eine Puppe. Hier sind die Ruinen. Okay, ich bin da. Aber hier ist kein Springbrunnen. Nee, warte. Ich hab mir nochmal die Puppe geholt. Ich bin jetzt da. Hallo. Komm mal mit. Hier geht es lang. Nee, warte nicht hier. Da hinten meine ich. Hier. Und hier ist ein Springbrunnen mit Glibberzeug. Ei, Hund. Springbrunnen mit Glibberzeug. Rein da mit mir. Nee, ich darf hier nichts machen. Hä, wie dumm. Okay, dann muss ich nochmal rein. Vielleicht in den Hexenkessel. Vielleicht muss ich in den Hexenkessel reinspringen. Hm, dann komm mal mit. Dann gehen wir nochmal ins Haus. Ja, aber da ist kein Schlüssel. Da muss aber irgendwas sein. Also ich hab keinen gesehen. Ich kann ja nochmal spektaten. Ich hab die Ehe schon mal durchgeguckt. Dann geh ich nochmal spektaten. Ich geh auch nochmal. Also hier steht. Flup. Alles in den Kessel. Ja, in den Kessel. Ja, auf Sachen rumzuschieben. Sonst schieb ich gleich bei dich rum. Oh mein Gott, hör doch mal auf. Alter. Alter. Das ist jetzt schon schlimmer als der Farmer, ey. Also ich kann seltsame Geräusche flackern. Wegen Objekte und unheimliche Heimnisse. Lauf weg. Wenn du hier bleibst, dann kommt sie. Ich hab den Schlüssel. Falsche Entscheidung. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist einer. Oben. Also oben erstmal. Ich bleib einfach davor stehen. Du siehst mich ja dann. Die Hexe ist schon neben dir. Du hast keine Rose. Sie wird deine Seele einfangen in einer Puppe, die wächst. Hier. Hier. Ich bin oben. Ja, lauf mal hier so rum. Hier. Ich seh das. Hier hinten. Ja. Hier links. Da. Auf dem Hocker drauf. Hausschlüssel. Schnell nach unten. Boah. Alter. Ich war's nicht. Ey. Es war halt wieder so eine Puppe. Hör auf mit dem Scheiß. Ich geh schnell nach unten. Hier hinten. Ne. Wo war nochmal der Kinderraum? Hier. Fuck. Sie ist hinter mir. Sie ist hinter mir. Sie ist hinter mir. Ja. Ja. Rein da. Hör auf. Ich bin schon drin. Still. Tobi renn. Ich bin reingerannt in sie. Ich bin rot. Ich hab nur noch rot gesehen. Arbeite von daheim. Was? Ja. Ich hab ihr die Rose gegeben. Äh. Hier ist ein Kreis. Ich will was machen. Ey da ist ein Haus. Da komm ich aber nicht rein. Du brauchst mir Zutaten. Willst du mich verarschen? Nichts zum Aufspießen. Ich will keine Ratte mehr sein. Ich will da rein. Hä? Das kannst du nicht machen. Du bist eine Ratte. Hat sich die Puppe grad zu mir gedreht? Nein. Die Puppe dreht sich zu mir, dieses Skelett. Gar nicht. Wenn du weg guckst und dann wieder hin guckst. Ich muss aber auch woanders stehen. Sag mich, wirst du in Ruhe. Iiii. Okay. Okay. Ich brauch wieder die Rose. Und ich kann das nicht machen. Ich bin eine Ratte. Okay komm jetzt. Wir brauchen die Rose und noch so einen Zweig. Und dann gehen wir nochmal nach unten. Wer hat mich hier unten abgefangen, die dumme Sau. Wieso kann ich hier nichts tun? Schnelligkeitstrank. Werde flink wie der Wind. Oh. Du fühlst dich leichter. Oh. Sorry. Rolling around at the speed of sound. Ich bin so schnell. Wtf. Ey. Wir kommen ja an hinterher. Warte nein. Du hinterlässt dir nur halt so eine Spur. Tokidrift, alter. Lass mich auch sehen. Jetzt hat sie die Scheimauer durchbrochen. No. How we live in Tokyo. Scheiße. Ich bin immer noch schnell. Ich brauch noch eine Rose. Oh. Ich fühl dich. Du fühl dich normal. Okay. Okay. Rose, Rose, Rose. Ich hab eine Rose. Ja, wir wissen trotzdem noch nicht wie man mich entratifizieren kann. Egal. Ey, sie läuft hier rum. Sie kommt dir entgegen. Oh. Scheiße. Komm mit. Wir treffen uns im Keller. Alter, die läuft wie ein Ballrock. Ja, oder? Du kommst nicht vorbei. Hallo, ihr kleinen Welpen. Okay. Wir treffen uns im Keller beim Kessel. Ich bin hinter dir. Ach so. Hi. Hi. Oh. Schneller als ich. Na klar. Hier geht's rein. Ach so. Oh, der Hund, alter. Willst du mich verarschen? Wo geht's hier lang? Hier. Hier. Hier im Kinderzimmer. Und runter. Ich komm jetzt nicht wieder von vorne. Ich will geheilt werden. Ich will wie ein Mensch sein. Junge, bist du schnell. Steh doch mal für eine Minute. Ja, ich muss. Die schieb da oben in der Stühle. Ich will. Okay. Hä? Ja. Aber ich darf nicht. Das kannst du nicht tun. Du bist eine Ratte. Nichts zum aufspießen. Muss ich denn jemanden aufspießen, oder was? Ja, nicht mich. Du musst warten, bis der Zauber zu... Ach so. Zauberte Puppe aus Zweigen. Jetzt aufhängen, oder was? Ah. Oh. Wow. Oh, die ist aber hübsch. Eigentlich ist es eine hübsche, ne? Wenn die nicht so eklig wär. Ich bin rot. Die hat mich verfolgt, die olle Bescheuerte. Ich glaube, ich muss auf ewig deine Ratte sein. Es ist, als ob du die Hexe geschwächt hast. Mach weiter. Ja, ich will nicht mehr Ratte sein. Wobei... Ja, na klar. Aber ich muss immer noch acht Puppen machen. Oh fuck, Leute. Was denn? Okay, nee, gut. Ich habe mich fast aus der Map geglitscht. Oh. Nee, das Ding ist, ich muss immer noch acht machen. Oh fuck, Leute. Die hat sich jetzt wieder geheilt, oder wie? Oder musstest du neun? Nee, ich bin der Meinung, ich musste acht von Anfang an machen. Man muss immer acht machen, ne? Es waren auch acht Puppen. Also das ist ja das nächste, was ich hier nachschaue, ne? Wie kann man sich heilen? Nee, Puppen waren neun. Also Ratte ist schon lustig. Oh, sie kommt. Ist die schon wieder hinter mir? Nee, jetzt ist sie weg. Ich renne trotzdem, mir egal. Also ich kann so ein bisschen spectaten halt, ne? Ich habe keine Rose. Rose. Wenn ich jetzt sterbe, ist das over, Alter. Also Rose ist jetzt für... Ey, hier ist ne Puppe. Ich habe schon eine Puppe. Hier ist alles voll. Oh, die kommt mir als Schatten hinterher. Achso. Man hört das jetzt zum Glück. Also auf dem Friedhof ist halt alles voll mit Puppen. Ja, ja. Genau. Friedhof sind die Puppen. Die Haarbüsche findest du im Haus. Die Rosen außerhalb. Die Welpen rennen hier rum wie sie wollen. Ach, ich muss ja noch einen Welpenschwanz abschneiden. Scheiße. Oh, was man alles braucht, ne? Die Rose ist glaube ich jetzt nur, damit du nicht angegriffen wirst. Habe ich so verstanden in der Notiz. Okay, also die Rose ist dann quasi das Verteidigungsobjekt. Und die Rose bekommst du nur, wenn du ne Schere hast. Ja, genau. Ich habe die Rose. Äh, die Schere meine ich. Hm. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder in den Keller. Ich will geheilt werden. Wie? Aber hier muss doch irgendwo noch ein Notiz liegen. Hier stimmt wirklich. Die oder die Statue, die guckt mich wirklich an. Ja. Hm. Ja, immer wenn ich weggucke. Was war das für ein Elon Musk Bild hier gerade? Kannst du mich heilen? Nö. Unnatürliche, das habe ich dran. Verwandle dich. Du fühlst dich seltsam. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Irgendwie fuck hast du. Irgendwie hast du ne ganz komische schwarze Auge um dich rum. Du kannst mir gar nix. Also, das Leben als Ratte ist eigentlich relativ schillig. Oh, da ist sie wieder. Ich, ich, ich renne weg. Oh, der Schatten kam mir entgegen. Hübscher Ausschnitt, Mädchen. Nee, das muss was anderes sein. Der Schatten... Was ist los? Ich bin weggerannt. Ach so. Du? Äh, na, ich bin eine Ratte. Ich kann ja machen, was ich will. Warte mal hier. Du darfst nur in das Spielzeugsimmer, wenn sie... Wenn sie... Wenn sie dich dorthin bringen. Was? Was? Also, what? Lämmerdeutsch. 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 Keiner... Oh. Komm her Hund. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hab keine fucking Ahnung mehr. Ich hab keine fucking Ahnung mehr. Ich hab keine fucking Ahnung mehr. Ja, for real. Weil irgendwie kann ich nix tun. Wie ist das so? Ich kann ja mal ein bisschen durch den Wald gehen. Vielleicht entdecke ich was. War schon überall eigentlich. Also ich... Warte mal. Hier ist der oder Hundegarten. Da hängt noch ne Rose. Was ist denn das hier? Das ist irgendwie ne... ne Schubkarre. Das ist irgendwie nix. Wie könnte ich mich heilen? Hast du vielleicht irgendwie schon mal ein Gegenstand gesammelt, die du bis dahin nicht nutzen konntest? Nö. In dieser Fels ist es das dann. Fuck! Nein! Fuck! 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 Okay. Ich... das zu sammeln was du brauchst ja aber was brauche ich denn als hatte käse diese werde ich vielleicht irgendwie habe ich auch das gefühl der springbrunnen ja der ist da hat nämlich gerade keinen nutzen irgendwie aber ich kann dir nichts machen ach so hier ist noch eine notizierung gar nicht angeguckt ist nämlich wasser was ist hier reinigen der see ein in den see hier wo ist da ein see ja der ist beim springbrunnen also gehen wir noch mal zum springbrunnen ja ich bin am springbrunnen und dann gehst du den warte mal ich komme dir gleich entgegen irgendwie geh mal richtung ruin hey ich kann also am springbrunnen bleiben ja ich bin halt hier in der nähe bist du da ich bin am springbrunnen ich bin hier wo bist du ja komm mal her komm mit was wollen noch die haare okay ja reinigender see irgendwie ich weiß jetzt schon wie ich den part nenne dass du niemals ratte bist du noch da ja ja komm mit ich bin ja schneller jetzt kann ich jederzeit einholen wenn ich will der see das ist so unnötig mal hier da bitte in den schlitz rein hier ich bin jetzt wenigstens okay gut da kann ich dann einfach rein oder musst du irgendwas haben äh keine ahnung ich bin da hingegangen und meine meine was war das meine meine puppe war weg also noch mal wir brauchen puppen und die müssen mit haare besetzt sein und dann können wir sie da rein schmeißen und den schwanz des und den hundeschwanz und die rosen sind als verteidigung da ja aber die rosen kannst du ja nicht nehmen weil ich habe jetzt bist du wieder tot nee aber die haben mir vorbeigestraft ich gehe da nicht mehr rein diese schattenmonster nimmt mir die ganze meine puppen weg ja da ist es da rennt es mit der puppe und das packt es wieder auf den friedhof hin okay dann ist das ist gerade an mir vorbeigerannt wenn es wieder zurück bringt dann ist es okay nur wo kriege ich das ist so schwierig zu entfernen hä ach ich habe keine schere ne aber wie solchen die schere droppen vielleicht gibt es noch eine andere schere irgendwo ich auch nicht wenn ich die hunde sehe bin ich wieder komplett beruhigt ne also schere ist hier das universale werkzeug ne was man für alles braucht für rosen für hunde ich will nicht ich will nicht weg 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 ist das unheimlich alter ne das ist also ohne scheiß ne das ist hier mittlerweile das ist hier momentan die unheimlichste map von allen ja weil die alle solche geräusche macht ja einfach auch ne also emily hat jetzt wirklich mal konkurrenz bekommen was hast du getan ich hab sie verängstigt verböse verängstigt verböse ich meine ich hab sie verböse frau sie hat mal ne rose okay aber wie viel zum fix sollst du denn das machen ich suche die ganze zeit irgendwie eine schere oder so geh mal da zurück wo wir die schere gefunden haben ja ja ich bin grad auf dem weg dahin weil liegt keine mehr oder es muss ja irgendwo noch eine schere sein muss ja definitiv mehr scheren geben ich glaube das ist der witz einfach ne weil ich bin momentan richtig unnütz einfach wie so ein handtuch und im haus will ich nicht immer rein ich wollte gerade sagen weil meine sanity dann sinkt aber hey falsches spiel okay also sechs puppen fehlen uns noch ey weißt du ich bin mit einem schamhaar im haus und hör sofort die komische knackgeräusche hör doch mal auf jetzt oh hier ist eine schere bei den welpen bei den welpen ich bin auch hier aber gerade bei den welpen oh fuck da kommt das schattenmonster ja lauf da weiter pass auf da kommt aber das geister ja da ist er ich weiß nicht ob du da vorbeigehen kannst ne bestimmt nicht okay dann troll ich ihn hier aus geh mal dahin bitte wo ich gerade herkam wo ist er denn hinter mir lauf da weiter lauf da weiter und da ist ne kutsche geradeaus und da ist ne schere drauf und renn okay gartenschere ich geh nach unten ich hab noch ne puppe also ein ritual kann ich wieder machen okay da kann ich jetzt auch endlich mal was tun schnell nach unten schreien was sind das für schattengestalten ich will es gar nicht wissen ganz ehrlich ey ein hund schwanz des welpen armes hündchen warte mal rose nehmen wir auch mal mit ja einfach so vorbeilaufen den schwanz abgeschnitten halt da wie auf der straße einfach kommt mir da ein hund entgegen schwupp schwanz ab gib mir die scheiß puppe okay die hälfte ne die hälfte naja es sind noch fünf wäre doch ungefähr ich brauche ne puppe ich brauche hier eine puppe die haare zu finden finde ich krass die sind schwer da ist ne puppe puppe aus zweigen die haare sind nur öh hat schon wieder ne puppe gesammelt das vieh ja so die haare sind nur hier ja die sind im haus habe ich die bis jetzt nur gefunden können wir schauen und oben habe ich auch welche gefunden in der badewanne zum beispiel sieht man die haare wenigstens gut ja ja die sind halt schwarz ja ich hab sie hä was ist passiert bist du gestorben was war das ach sie hat mich umgeworfen ach so oder das schatten ja der schatten hat mich umgeworfen also der hat meine puppe jetzt geklaut okay ja ach so genau ich wurde gerade übel zu weg weggeruppt und habe nur noch die die den fuchsboni sehen er verfolge ich aber immer noch warum was habe ich ihm denn getan ich mach doch gar nichts ich bin doch immer super freundlich er ist einfach dumm ja ok dafür kann er nichts fach 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 jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot ne die blume ach ein glück ja ja also man kann was machen also die puppe ist irgendwie ein schutz es ist halt nur nervig die dann wieder zu holen und die blume ver- ich habe vergessen dass da jetzt schon meine Stimme ist also hier liegen hier oben sitzen kleine Kinder ähm auf den Betten wie komm ich denn hier raus ach hier so jetzt mach ich das mal da musst du warten vielleicht kommt doch noch nicht hin zu verbesserte Puppe raus und du musst dann an der Seite an den Stachel da anhängen weißt du mhm mhm mir fällt jetzt nur noch so ne Puppe raus ich wills gar nicht wissen ich wills gar nicht wissen ich wills gar nicht wissen mädchen lass mich einfach in Ruhe ich renne glaube ich schon seit 10 Minuten halte ich die Taste gedrückt ja ja wie in so ein Rennspiel nach dem verschwinden eines Kindes wächst aus dem Baumwurz und auf dem Friedhof eine Puppe nach dem verschwinden eines Kindes was ach keine Ahnung also irgendein Trophäe sagt dass wir mit den Welten ne mit den Monster und die Kinder entkommen sollen oh nein sie jagt hier schon wieder im Haus ja fuck ja ich seh die Tür zu ich muss da rein sie huntet ma ich hab eben einfach 5 ey das ist das ist ein Obake meinste das ist hier schon Oni Style was die macht mit mir ne weißt du warum es ein Obake ist na weil bei DBD heißt ähm Sadako heißt dort Obake ähm Sadako ist die aus Ringu ne ja genau Ringu mhm die heißt dort Obake Sadako ist ähm hast du schonmal das originale The Ring geschaut ich hab keine Hi keine Ahnung also das originale The Ring ähm muss man dazu sagen ne dass es halt nicht gut gealtert hehehe aber ich hab den Film hier ich hab den Film hier den können wir uns ja mal anschauen wenn du mal wieder hier bist ich glaub den haben doch den haben wir doch uns angeguckt ne wir haben uns nicht den original angeschaut wir haben uns nicht den original angeschaut wir haben uns die westliche Variante angeschaut das originale kommt aus Japan hm der ist aber halt nicht soo der ist aus der 80er halt ne glaub ich oder 90er ne 90er eher du kannst du auch unten die Tränke nehmen damit du schneller bist ne so warte mal ich hab Puppe ich hab Haare ich brauch nur noch einen Schwanz dim 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 ein bisschen alchemie kunde wirklich von den welpen den schwanz abschneiden muss was ist das für ein teuflisch hier folge voll mein spiel einfach nein sie hat mich weggeworfen sie hat meine puppe geklaut naja ist egal ich habe den welpenschwanz wenn jetzt jemand klingelt dann rast sich aber aus wie viel besuch hast du denn da immer ja heute post ohne ende weiß auch nicht vor die bonsen war ja da weiß ich nur bestellen kommt noch mal aber so ein paket ich bestelle mir mal so ein controller oder so die kriegt ein paket nach dem anderen bist du jetzt schon dabei die nächste puppe zu machen ich brauche eine puppe erst mal weil sie mir eine geklaut hat ja ich bin auch hier okay ich gehe wieder rein und mache die nächste da hinten bist du sie gerade keine ich habe eine und ich habe noch eine rosa also selbst wenn sie mich jetzt angreift ich kann immer noch was machen wenn du den haus gehst und sie verfolgt instant einfach nicht in den keller alter ich bin jetzt im keller ich bin jetzt hier gerade am alchemie tisch vorbei jetzt um die ecke da bin ich jetzt bin ich ich habe auch eine rose okay dieses alchemie dieses alchemie dinge habe ich total in der hand aber jetzt hat sie die rose genommen hier puppe ich will es nicht wissen ich will es nicht wissen mädchen es tut mir leid was ist denn mit ihr ist hier im klo vielleicht noch haare von ihr irgendwo oh alter sie hat mich oh die ist fucking schnell alter die ist richtig schnell jetzt ich bin wieder eine ratte na da muss wieder schwimmen gehen ja muss ja mal gucken wo der see noch mal war aber das musst du aufpassen alter die ist fucking schnell hol dir bloß eine rose oder sowas ich habe eine oh sie ist bei mir sie ist bei mir sie ist bei mir sie ist bei mir mach schnell bitte hey das macht richtig spaß hier alter das ist jetzt momentan meine lieblings map bist du wieder normal ich bin nicht normal ich finde den ich finde den see nicht ich habe keine rose mehr sie hat mich gerade angegriffen ja die ist schnell wie sau der see ist in der nähe von der ruine ja bin nur auf dem weg dahin warum wächst denn hier keine doch da ist eine rose und hier ist der see glaube ich ich hole dich hier ab hi hund fuck sie ist bei mir sie ist bei mir sie ist bei mir hallo hund komm her hund komm komm sei bravi was stimmt mit dir nicht jetzt reicht es mir wirklich da ist der brunnen aber wenn da der brunnen ist dann muss doch hier irgendwo das sein ja ich bin tot oh scheiße shit fuck fuck wir hätten es fast gehabt ne ja eine hat noch gefehlt alle sind hier für immer gefangen also ich bin eine ratte ich kann jederzeit abhauen nein erkunde gemeinsam den gruseligen wald schade einer hat gefehlt nein warum doch du bist eine hübsche warum schreist du in die kamera was habe ich hier getan alles junge darf ich mal ganz kurz anmerken ich habe ihr nicht so viel weh getan wie du ihr ich war die meiste zeit eine ratte stimmt aber das gefällt mir der level ich finde ihn super ich mag den richtig so mal und jetzt versuchen wir nochmal versuchen wir nochmal dann machen wir das aber beim nächsten mal leute also dann haut rein und bleibt der ratte treu glaube ich